Hör auf! Jetzt haben sie den Kratzbaum entdeckt. Nee, lass! Papa, du stresst sie. Hör auf, bitte! Du machst es nicht einfacher dadurch. Ja, Mascha! Ich komm von... Da ist jetzt eine ganz andere Umgebung. Ja, siehst du, jetzt will sie sich erst mal nur verstecken. Ja. Ich meine, die Tür ist ja offen, sie kann jederzeit wieder rein. Mascha! Wo ist denn Nummer 3? Dahinten! Hinter der Kiste? Ja, jetzt sehe ich ihn. Ja, sie ist ein bisschen desinteressiert. Komm rein! Ja, ich muss jetzt erst mal klarkommen. Ja, halt, ich muss jetzt erst mal klarkommen. Ja! Ja!